Hier auf dem Kanal. Und heute, nach langer Zeit, machen wir Clunking Bell. Mit Bila natürlich, Digger. Auf Locki Schmocki. Das war ein Monat, dass ich nicht mehr was aufgenommen habe. Aber ich habe heute ein Tutorial hochgeladen, wie ihr dieses Geschlecht ändern könnt. Ja, Digger, es geht schon los. Komm her. Hirner. Autsch. Guck mal, wie geil wir ich. Jo. Eine Waffel? Okay. Scheidämpfer. Bila? Jetzt gut denken. Du machst ihn da vorne bei dir? So, gut. Okay, gut, gut, gut. Warte. 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 Nicht reingehen. Und können wir auch mit dieser Lautwaffe reden. Nein, nicht mit dieser Lautwaffe. Nein, Bila, bitte. Sonst hätten wir Alarm. Und können wir auch mit dieser Lautwaffe reden. Okay, gut, 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 gut. Immer auf Kopf, Zerbilla. Du tötest den da vorne. Den will ich lassen. Du bist in... Ja, du warst in sein Sichtfeld. Pass auf. Nee. Nicht reingehen, nicht reingehen. Lass doch erst mal hier machen. Machen. Kannst du keine Schlüsselkarte einstecken? Dann mache ich es. Okay, bis jetzt ist gut. Tja, warum siehst du besser als das für mich, Digga? Ich habe eine Maske, ja? Oh, hier ist aber schwer. Aufpasse. Nein, ich kann sie dir aber tun. Ja, geh doch weg. Hast du es mal gemacht? Nö. Hätte ich sowieso nicht, weil ich eh mit Schalter im Fass spiele. So. Aber im Spiel ist normal, aber im Endeffekt. Ich lebe nicht. Stell dir vor, so nimmt er ein Casino. Ja, also Rockstar Games. I waiting over to you. Ich hoffe, wir haben jetzt keine... Wir haben Alarm. Perfekt. Hä? Ja, wieder meine Schut. Aber egal, was machen wir länger. Ich habe ja nur mit Schalter gespielt. Ich habe ja nur mit Schalter gespielt. Ja, okay. Wir müssen noch einen Bereich ablagern. Du darfst nicht direkt dahin gehen. Komm her. Ich habe ja. Wo? Da. Ich hole, hier bei mir ist drinnen. Boah, ich habe es nicht gekocht, geil. Ja, Digga, du hast auch schon eins aufgemacht, kein Wunder. Ja, aber ist doch nicht schlimm, wenn wir alle machen. Das ist rein theoretisch normal. Alarm passiert jedem. Warte, wohin gehen Sie? Bilal? 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 Bilal, wir haben jetzt das Heckergerät. Ja, ich habe es nicht so frech, mein Freundchen. Herr Klaus. Hab das erste schon gefunden? Ja, ich habe es schon mal gefunden. Das zweite habe ich auch schon gefunden. Ja, okay. Das dritte. Ich habe das dritte gefunden, he? Ja. Sag mir, Kurt. Sag mir mal Kurt. Digga. Fixer. Drei acht. Drei zwei. Drei. 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 4.2, ja. Ja, dann bin ich auf YouTube gesperrt. Also hör auf, ich hab gar keinen Bock, mein neues Konto zu machen. Komm her. Sag mal leise, du kennst meine Community im Ziel nicht. Du kennst meine Community nicht. Deine Community sind dein Ofen und deine... den Swix-Thema, deine Videos, die du bist. Voll lustig bist du, nur weil du keins hast. Oh, jetzt war ich, du Menjek. Ich hab nicht Spaß gemacht, ich bin extra bei vorne, wenn du mir gut noch wirst. Aha. Geil. Digga, sei mal leise. Gönn dir Snacks, Digga, du bist gleich tot. Gut. Ja, und jetzt kommt Polizei, obwohl... die Drogen verkauft. Äh, non mi ni si ki! Wieso schießt die Polizei aus uns, wenn die Drogen kriegen? Ist halt so. Darf ich keinen Umfeld bauen, sonst bist du dead. Ja, weil das ja auf deinen anderen Account ja übertragen wurde, hä? Ja, die können eh uns nicht festlegen, wir sind Tyrone, also ich bin Tyrone, dumme Schobert, doch, achso, okay, dann bin ich Tyrese. Ja, okay, anstatt ich die Polizei hochnehme, nehmt die mich hoch, Digga. Das Ding ist halt die Frau im Steuer, mein Spaß. Reifen schon platzschießen, aha. Ja, nehmt die uns hinten vorne, links, rechts. Aber unsere Abmachung gilt immer noch, ne? Ja, doch, ja, das meine ich halt, das meine ich. Du halt, du haltst nie an deine, halt's mal, einfach. Ja, okay, jetzt nicht mehr schießen, wir haben drei Sterne. In fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Guck. Schieß nicht, schieß doch nicht. Pilal, go, 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 go. Schieß doch nicht, du Schwanz. Ey, hörner. Was fehlt denn, wenn du schießt? Ja, dann finden die uns, schieß doch einfach nicht. Musst du dir alles erklären? Woher warst du, dass ich da nicht finden? Ja, ist klar. Ja, ich fahr halt scheiße, aber dafür finden die uns. Die kommt mir schlecht. Das ist halt das Ding. Okay, guck, jetzt haben, bin zwar scheiße gefahren, aber hab ich die Polizei abgehängt. Das ist 13 Uhr, ne? Ich stehe doch irgendwo im Baum. Wir haben dafür ganze zwölf Minuten gedauert, Weltrekord. Halt doch deine Fresse! Ja, Polizei. Komm her, Digga, was bist du? Komm doch! Ja, wir haben jetzt Geld verloren wegen dir, Digga. Geil! Das bin ich, aber okay. Hinter mir bist du. Ich bin da mit dem Gesicht-Tattoo! Was ist schwul? Ja, Tyrese. Und das war's? Und so stand da noch so schwarz, du bist vonerst? Ja, da war Lisa. Was ist das? Ja. Bitteschön. So Leute, wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann werdet ihr sagen, Peace out.